Lübe, glaubst du, Gott spricht Bengalisch? Was? Warum willst du wissen, was Gott für eine Sprache spricht? Na, ich hab ihm einen Brief geschrieben. Du musst ihn für mich mitnehmen. Versprich es mir. Ho, ha, Lübe, Herz, Ehrenwort. Ich habe euch doch von diesem Schulprojekt erzählt. Wir haben entschieden, Sachspenden nach Senegal in Afrika zu schicken. Du könntest doch deine alten Spielsachen vom Dachboden spenden. Ja, oder diesen Lübe. Der tut's doch noch. Ich bin in Senegal. Nicht immer zu ab, Baby. Wie heißt du? Kiano. Was machst du in unserem Dorf? Mein Vater hat hier zu tun. Den wolltest du doch auf keinen Fall tauschen. Tue ich auch nicht. Ich will ihn dir schenken. Mein Vater zum Beispiel verkauft den Menschen Hoffnung. Hoffnung auf ein besseres Leben im Ausland. Was für ein Blöden. Den habe ich mal gefunden am Meer. Er ist eine Art Glücksbringer, obwohl er nicht danach aussieht. Es wurde alles untergelistet. whatever. ISHO Nein, nein, nein.